Jawoll und damit ganz herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Europa Universalis 4 und da liegt das beschauliche Metz und Lothringen im Wintergestöber und sie ahnen noch nicht, was auf sie zukommen wird. Ja, wir werden das gleich ändern, gleich werden sie es erfahren, denn wir werden ihnen natürlich ganz frech den Krieg erklären. Dazu gehen wir auf Diplomatie und wählen den Auberungskriegsgrund von Metz aus, werden dabei zeitgleich in den Krieg mit Böhmen geraten, das wird aber halb so schlimm sein, hoffe ich. Und ja, wir werden schauen, dass wir das gut über die Runden kriegen. So, Krieg ist erklärt, das lässt sich jetzt auch nicht mehr zurücknehmen. Du kannst schon mal direkt dort einmarschieren, du marschierst dort ein und du nach da. Wohl, warte mal, wir müssen erstmal glaube ich genau einen Tag warten. Jawohl, so dann können wir nämlich auch hier einmarschieren und du nach dort bitte, bitte, du dahin und du bitte dorthin. Haben wir sonst noch Armeen frei? Jawohl, wir hätten hier noch eine Armee frei und wir hätten hier auch noch eine Armee frei. Dann ziehen wir die dort alle zusammen und dann werden sie sich dort mal auf ein kleines Picknick treffen. Und dann schauen wir mal, ob das soweit gut geht, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, den Kampf haben wir schon mal gewonnen. Das ist wunderbar. Da sind wir auch schon am Belagern in den ersten Provinzen. Da kommen unsere anderen Armeen mit angerückt. Hier sammeln sie schon erstmal. Da haben wir die ersten Provinzen besetzt. Das geht relativ flott hier am Anfang. So, dann bitte dort auch noch mit besetzen. Und kannst du hier schon durchmarschieren? Nein, kannst du noch nicht? Okay. Dann müssen wir wohl noch, wohl oder übel, noch ein wenig warten. Aber das wird nicht lange brauchen. Das werden wir relativ schnell getan haben. So, ein Befehlshaber ist gestorben. Was haben wir hier? Königsruf geschädigt. Eine Art Propagandatext zirkuliert am Hof, der Johann Georg I. als machthungrig darstellt. Das könnte unsere Beziehung zu anderen Nationen schädigen. Lebt den Ruf? Ja, es stimmt ja auch eigentlich ein bisschen. Also von daher. Wir leben den Ruf. So. Das hätten wir auch besetzt. Dann können wir hier auf jeden Fall schon mal durchmarschieren. Da steht Köln zwar schon drin. Aber Köln wird eigentlich bald annektiert sein. Ich weiß nicht, was dann mit den Einheiten passiert. Schauen wir einfach mal. Wir gehen vorsichtshalber dort mit rein auf jeden Fall. Was haben wir hier? Armee Reformer ist gestorben. Okay. Dann lass mal schauen. Da können wir einen neuen anstellen. Moraldarmeen plus eins. Ernst, das klingt schon mal eigentlich ganz gut soweit. Wie viel Kohle haben wir denn? Ist das ernst? Wieso kriegen wir denn auf einmal plus 40? Woher denn? Kriegsbeutel plus 23,69? Okay, das könntest du erklären. Das könnte wohl daran liegen. Okay. Trotzdem müssen wir überlegen, was wir jetzt hier nehmen am besten. Die Verstärkungsgeschwindigkeit oder Moraldarmeen? Ich tendiere zur Moral. Moral ist besser, glaube ich. Ist beides wichtig, ohne Frage. Aber wir können im Moment nicht alles uns leisten. Und von daher müssen wir uns natürlich dementsprechend erstmal entscheiden. So, du könntest nach da schon mal durchmarschieren. Die hauen jetzt hier dort wieder ab. Okay. Wir werden sich aber wahrscheinlich gleich wieder dorthin gesellen. Genau. Warte mal, da haben wir nämlich schon welche. Dann ändere doch mal deinen Weg dorthin. Haben wir eine Armee übrig, die jetzt vielleicht doch hier noch zur Verstärkung kommen könnte? Denn es wird, glaube ich, recht knapp werden, wenn wir das so lassen. Hm. Hier haben wir Erststufe 2 erreicht. Das heißt, kommt, was soll's. Ähm, marschiert hier mit rüber. Können wir diese Armee, die hier gerade am Laufen ist. Warte mal. Die hat einen Anführer. Ist das ein guter? Egal wie, wir holen mal einen anderen. So. Und dann gucken wir, dass wir das gewuppt kriegen. Aber es sieht gut aus. Jawohl, das hätten wir. So, dann kannst du jetzt nach dort gleich weitermarschieren. Du marschierst dorthin. Und du marschierst, warte mal, hier haben wir, da haben wir. Du kannst direkt da durchmarschieren. So, die Armee ist theoretisch, glaube ich, auch schon wieder frei. Genau, die kann gleich von oben dort einfallen. Köln besetzt hier das Stück Land. Das ist in Ordnung. So. Dann hätten wir es ja schon fast. Guck mal. Hier erholen sie sich gerade. Aber da kommen wir... Na, natürlich kommen wir da gerade nicht hin. Sehr bedauerlich. So, da ist Österreich vor Ort. Okay, Sachsen hat Bratislava besetzt. Dann werden wir mal kurz hier rüber gehen. Wobei, wenn jetzt Österreich das macht, dann brauchen wir das nicht machen. Weil Österreich macht das für uns natürlich. So. Wie weit ist die Annotierung von Köln? Das wäre mir jetzt wirklich ungünstig, wenn jetzt Köln im Krieg direkt besetzt wird. Wobei Baden hier auch einige Armeen am Start hat. So, da wurde die Provinz besetzt. Besetzt durch Österreich. Okay. Wieso? Ich dachte, Österreich ist unser Vasall und Österreich besetzt, wenn dann für uns. Das ist ja merkwürdig. Jetzt hauen die hier wieder ab, weil hier ein Kampf stattfindet. So soll es eigentlich auch nicht sein. Und das ist natürlich der kürzeste Weg. Natürlich. Na gut. Dann gucken wir mal, ob wir noch schnell genug da sind. Ich glaube ja fast nicht. Ne. Hätte mich auch gewundert. Aber wir ziehen jetzt trotzdem dort noch mit hin. Und versuchen die dort noch mit Platz zu machen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Guck mal, hier haben wir schon wieder eine Armee frei. Die können wir auch schon mal mit rüber ziehen. Komm, dann stell du dich erstmal provisorisch dorthin. Die marschiert schon nach dort oben. Das ist in Ordnung. Hier kommt gleich noch Unterstützung. Jawohl. Okay, das hätten wir. Die versuchen jetzt hier zu fliehen. Wahrscheinlich hier direkt wieder zu einer der Burgen mit hin. Genau. Die wir allerdings leider nicht angreifen können. Ne. Hier kommen wir leider nicht hin. Das ist sehr bedauerlich. Gehen wir hier irgendwo mit hin? Auch nicht. Hm. Okay. Aber viel ist es sowieso nicht mehr, was hier noch besetzt wird. Und ich glaube, hier haben wir durch Zufall gerade die Böhmische Armee ja noch nicht ganz zerschlagen. Sie versucht nochmal zu fliehen. Die Frage ist, wohin? So, jetzt fliegt sie hier rüber. Dann wird sie wahrscheinlich direkt wieder in den Krieg geraten oder in den Kampf geraten. Nein, da darf sie einfach unbeachtet durchmarschieren. Das ist auch ein Skandal. Belagerung von Prag ist abgeschlossen. Sehr gut. Und dann marschieren wir direkt dort zu der anderen Armee hin, dass wir die direkt mal auseinandernehmen können. Jawohl. Das hätten wir. Und dann ist es glaube ich nur noch eine Frage der Form. Eine Formfrage sozusagen. Hier kommen wir noch nirgends weiterhin durch. Okay. Hier kämen wir aber mit einer Armee schon mal hin. Dann ziehen wir euch mal dort aus diesem Kessel dort raus. Dann ist die nächste Provinz belagert. Jawohl. Das läuft. Hier werden wir jetzt trotzdem mal reingehen. Auch wenn Baden dran ist, diese Provinz zu besetzen. Ich traue jetzt gerade der Sache nicht, weil Österreich jetzt hier diese Provinz halt besetzt ist. Oder hat. Und das sollte ja eigentlich nicht so sein. So. Da ist das auch schon belagert. Und kann die Einheit stehen bleiben? Ja, ne? Jawohl. Das passt soweit. Ein Befehlshaber ist gestorben. Das ist sehr schade. Sachsen hat Sumarwa besetzt. Hm. Okay. Dann müssen wir jetzt nur noch hier eigentlich die Belagung voranbringen. Einheiten oder... Ja. Fremdeinheiten sehe ich gerade gar nicht mehr. Wundert mich ein bisschen. Na mal schauen. Ob die sich hier nochmal blicken lassen. So. Was haben wir hier? Integrierung von Köln. Jawohl. Diplomatisches Geschick. Minus drei. Das gehört dazu. Perfekt. Und Belagung von Zwollin. Okay. Da haben wir sie. Dann müsstest du theoretisch ja schon durchmarschieren können. Und du vielleicht sogar schon nach dort. Und wenn alles gut geht, dann trefft ihr euch jetzt mal allgemeinsam in der Ecke dort hinten. Mhm. Und dann glaube ich sind wir soweit, dass wir die böhmischen Armeen zerschlagen können. So. Die flüchten jetzt hier nochmal. Da machen wir mal hinterher. Und dann tun wir sie nochmal auseinander nehmen. Aber ich glaube, das müsste dann soweit passen. Jetzt versuchen sie nochmal zu fliehen in alle möglichen Richtungen. Allerdings wird ihnen das nicht mehr viel nutzen. Wir marschieren mit der Armee hier schon mal da durch. Das können wir glaube ich locker verteidigen. Jawohl. Da sind die Böhmer eigentlich jetzt schon machtlos. Können nichts mehr machen. Sachsen hat Spiss besetzt. Okay. Wo ist denn Spiss? Ach, das ist das dort unten. Belagerung von Strubiner. Haben wir auch vollzogen. Und da wurde Zemplin auch noch hinterher geworfen. Ja, also ich glaube, das läuft das Ding. Dich können wir mal hier wieder rausziehen. Genauso wie dich. Das ist glaube ich ungünstig, wenn jetzt alle dort drin steht. Weil das alles Mannreserven kostet. Du marschierst mal. Ja, ist eigentlich auch egal wohin. Hauptsache irgendwo, wo du gut versorgt wirst. Dann geh mal dort hinter. Jawohl. Also ich glaube, das passt soweit. Wir werden große Teile Böbens vielleicht sogar bekommen. Schauen wir mal. Belagerung von Rathibor ist abgeschlossen. Belagerung von Shep. Eine wichtige Goldprovinz ist abgeschlossen. Wo können wir dich denn parken? Dass die alle nicht genug Versorgungslimit haben. Das ist etwas ärgerlich. Hier, Mainz. Dann ab und mal nach Mainz mit dir. Die Armee könnte glaube ich auch schon dort raus. Aber wir sind auch fertig mit der Belagerung. Wunderbar. So, da passt das soweit. Da haben wir den Krieg gut für uns entscheiden können. Wir speichern hier erstmal. Und dann werden wir mal gucken, was Böhmen rausrücken möchte. Frieden verhandeln und Shep gehört auf jeden Fall zu unserer Kriegsbeute dazu. Ja, und alles soweit. Na, als mich. Nur zwei Provinzen. Ernsthaft. Irgendwas muss an dieser Provinz sehr wertvoll sein, dass die so schwierig ist zu bekommen. Allerdings mit diesen schicken Übersichten, die man hier bekommt, sieht man es nicht ganz. Können wir mal direkt hier drauf klicken. Vielleicht erkennen wir es ja hier. Dort gibt es Eisen. Aber Eisen ist doch jetzt nichts Wertvolles, oder? Würde ich jetzt jedenfalls denken. Wirtschaftskarte. Ne, das war das Ding. Das wollte ich nicht. Irgendwo konnte man die Handelsgüter sehen. Hier. Das war da. Eisen haben wir doch selber auch schon. Das kann jetzt nicht so wertvoll sein. Die Goldprovinzen sind natürlich sehr interessant. Die hätten wir schon gerne. Aber die kriegen wir nicht. Also zumindest nicht beide. Hm. Das sind 82er Frieden. Das sind 104er. 109. 111. 122. Oh. Okay. Also irgendwas ist an dieser Provinz wirklich massiv wertvoll. Und ich weiß noch nicht so richtig, was es ist. Ist das die Hauptstadt vielleicht? Aber eigentlich ist doch Prag die Hauptstadt. Wir kriegen hier auch keine dritte zustande, wenn wir die zwei nehmen. Also ich bin ja dann doch jetzt geneigt, diese beiden auch direkt zu nehmen. Hm. Lass mal gucken, wie es aussieht. Äh, wie es aussieht, wenn wir hier mit, ähm, Lothringen den Frieden verhandeln. Ob wir dann hier von Böhmen mehr rauskriegen können. Nein, auch nicht. Hm. Das ist ja ärgerlich. Na gut. Dann verhandeln wir den Frieden mit Böhmen direkt selber. Nehmen diese zwei Provinzen müssen wir uns damit zufrieden geben. Aber ich hatte wirklich gehofft mehr zu bekommen als Kriegsbeute. Aber was soll's. Wir könnten natürlich Polen noch stärken. Äh, nicht Polen, äh, Österreich noch stärken. Aber das ist dann auch schon wieder zu viel im Friedenswert. Was wir aber machen können, Verträge aufkündigen mit England. Mit K. Okay, das geht schon nicht mehr. Das stört nicht. Aber mit England, das wäre schon mal einer der wichtigsten Punkte. Hm. Hm. So, kriegen wir noch ein paar Kriegsreparationen raus? Auch nicht mehr. Kriegen wir noch ein bisschen Kohle raus? Ja, Kohle kriegen wir auch noch raus. Ja, dann würde ich mich doch damit schon zufrieden geben. Ansprüche widerrufen geht leider nicht so einfach. Ja, da müsste man halt wieder irgendwas anderes abtreten dafür. Wir haben nicht genug diplomatische Macht. Wie viel brauchen wir denn? Der Frieden kostet Sachsen 123 diplomatische Macht. Okay, wir brauchen sozusagen noch ein wenig Geduld, bevor wir den Frieden einläutern können. Wir können aber in der Zwischenzeit schon mal die Armeen hier rausziehen und Schrägstrich auch diese Rebellen zerschlagen. Hm, das haben wir hier. Sachsen braucht sie alle, verliert. Nee, wir brauchen sie. Ei, wir haben nur ein Stabilität. Ja, ja gut, machen wir halt. Dafür haben wir den Kampf mit den Rebellen gewonnen. Wir müssen aber die Stabilität wieder nach oben kriegen. Wir müssen aber eigentlich auch nebenbei die Punkte aufsparen. Für andere Dinge. Naja. So, jetzt haben wir dafür erstmal wieder Stabilität 3. Das ist auch in Ordnung. Und dann müssen wir die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen. Oh, jetzt ist hier zu viele Einheiten drin. Warte mal, dann geh du mal nach Landshut. Und du nach Nürnberg. Okay. So, dann müssten wir alle Einheiten oder fast alle Einheiten hier draus haben. Ach, in Berlin steht auch noch eine Einheit. Die hatte ich ja fast vergessen. Die durften gar nicht mitmachen beim Krieg. Skandal. Okay, aber sonst passt es. Wir sparen es noch um die 123 diplomatische Macht auf. Und dann werden wir die Friedensverhandlungen nochmal aufnehmen. Im Moment haben wir 3 von 4 diplomatische Beziehungen. Also, weil wir Köln annektiert hatten. Deswegen. Wir müssen wir bei Köln noch irgendwas machen. Ja, die Burg zum Beispiel. Die wollte ich noch aktivieren. Genau. So, jetzt haben wir die diplomatische Macht dafür. Dann lass mal Frieden verhandeln. Und Forderungen senden. Jawohl. Wohl an. Da haben wir die zwei Provinzen bekommen. Die werden wir direkt umwandeln in Kernprovinzen. Und da reicht es nicht mehr. Ach, das ist aber auch alles teuer hier. Unglücklicherweise verloren wir den Kriegsgrund gegen Böhmen. Natürlich, weil wir es ja schon annektiert haben. Wir haben einen Agenten entdeckt. Auch in Ordnung. Das kostet aber hier ganz schön viel. Und Eger ist die Goldprovinz. Und die heißt direkt Erz. Na, das passt ja eigentlich ein bisschen. Da gibt es ja auch Erz. Nämlich das Eisenerz. Gut. Aber ich glaube, wir haben auch gleich genug administrative Macht zusammen, dass wir hier die Kernprovinz erstellen können. Dann heißt es als nächstes, den Frieden mit Lothringen zu wagen. Ignoriert die Beschwerden, verlieren wir wieder Stabilität oder exekutiert den Verwalter. Na, ich glaube, wir neigen jetzt diesmal zur Exekution. Und dann schauen wir, wegen Lothringen können wir uns den Frieden überhaupt schon leisten. 16 Rufschaden. 22,5 Expansions-Beziehungs-Malus. Das ist schon ordentlich. Aber das werden wir in Kauf nehmen. Ich überlege nur... Ne, das dürfte so gehen. Ich mach's einfach. Frieden verhandeln. Forderung senden. Und dann sollte es unser sein. Jawohl. Unglücklicherweise verloren wir den Handelsdisput im Kriegsgrund gegen England. Das kann passieren. Ansonsten Baden, Traugi-Nachricht. Der große Staatsmann Ludwig II. von Baden... Von Baden, nochmal. Ist gestorben. Unsere Staatsehe mit Baden ist vorüber. Okay. Dann hoffe ich, dass uns Baden gleich eine neue Staatsehe vorschlägt. Schauen wir mal. Jawohl, da kommt schon was rein. Die nehmen wir direkt auch wieder an. Das ist kein Problem für uns. Ja, da haben wir uns gebietsmäßig nur ein kleines bisschen arbeitet. Ich hatte mir wirklich mehr erhofft von diesem Krieg. Finde ich sehr schade. Sehr bedauerlich. Aber gut. Es hat sich zumindest erstmal keine Koalition gegen uns geschlossen. Was schon mal was ganz Nettes ist. Wir... Gehen nochmal hier in diese Übersicht rein. Gucken mal. 270 administrative Macht brauchen wir ernsthaft für Lothringen und Metz. Brauchen wir nochmal 274 extra. Und wir haben eine Überdehnung von 92% gerade. Das ist auch ordentlich, würde ich meinen. Ist Lothringen und Metz so wertvoll? Kann das so wertvoll gewesen sein? Kann mir das gar nicht vorstellen. So, eine Kernprovinz haben wir erstellt. Da haben wir nur noch 69% Überdehnung. Techniker einstellen für ein bisschen Dukaten. Ich denke ja, oder? Militärische Macht kriegen wir dafür. Die schadet auf jeden Fall nicht. Die Provinz können wir schon erstellen zur Kernprovinz. Gut. Und dann müssen wir jetzt nochmal 270 ansparen. Bevor wir das dann auch weiterhin abändern können. Wir können nebenbei ja schon mal gucken, was wir hier noch schick ist. Bauen können. Aber leider nur Burgen. Ob das jetzt das Ding ist? Naja. Wir setzen mal eine hin. Soll uns jetzt nicht stören. Und dann sparen wir nochmal ein bisschen Punkte zusammen. Eine Revolte findet statt. Und das ist noch nicht mal eine kleine Revolte. Das ist schon ganz ordentlich, würde ich meinen. Scheiße. Wir brauchen einen guten General. Naja. Gut ist was anderes. Und wir brauchen entsprechende Armeen, die jetzt mit dort hinziehen können. Ich glaube, den General können wir ja auch umverlegen. Oder um... Ja, doch umverlegen ist es ja. In eine andere Armee mit hinein. So, dann werden wir erstmal das Ding dort befreien. Und dann marschieren wir hier gleich mal weiter. Einmal hier rüber. Jawohl. Dann haben wir die nämlich auch schon direkt. Und dann bitte nochmal ordentlich verteilen hier. Sachsen hat Erz besetzt. Das läuft wieder. Gut. Und dann brauchen wir, wie gesagt, noch die 270 administrative Macht. Und eigentlich brauchen wir noch viel mehr administrative Macht. Weil wir technologisch dort in diesem Bereich nicht wirklich gut aufgestellt sind. Wir haben hier schon 49. Hier haben wir 48. Werden wir bald 49 haben, wenn das so weiter geht. Und... Ja. Hier müssen wir wirklich jetzt die Punkte mal zusammensparen. Allerdings... Hier müssen wir halt auch die Kernprovinz erstellen. König wird krank. Mehr macht dem Adel. Delegiert mehr an die Provinzen. Johann Georg I. ist krank geworden. Und kann nicht alle Aspekte der Herrschaft über Sachsen wahrnehmen. Aber wie sollen wir damit umgehen? Mehr macht dem Adel. Produktionseffizienz plus 5%. Nationaler Steuermodifikator minus 10%. Bis 46. Zehn Jahre lang. Zehn mal 0,5. Ach ne, das ist der monatliche Anstieg. Ach ja je. Das sind also 0,5 insgesamt. Mal 12 nochmal. Also 6 Autonomie. Über alle Jahre verteilt. Ich glaube, das können wir uns leisten. Für welche Provinzen gilt das? Also ich glaube, das gilt für alle. Dezentralisiertes Regieren bis Mai 46. Wir machen das mal an die Provinzen. Lass mal gucken. Autonomie. Der Autonomiewert wird ja so oder so auch gesenkt. Automatisch. Genau. Das heißt, theoretisch entsteht auch keine Autonomie. Es sei denn, wir sind im Krieg. Dann würde Autonomie entstehen. Aber gut. So. Die Kernprovinz können wir erstellen. Dann hätten wir das soweit auch durch. Wieso ist hier der Button noch? Ah, jetzt ist er weg. Okay. Und dann müssen wir jetzt wirklich ganz, ganz dringend diese administrativen Punkte endlich mal aufsparen. Um daraus oder damit was ordentliches, sinnvolles anzustellen. Trotzdem. Ja. Es muss aber auch sein, Krieg zu erklären. Wir können nicht nur im Frieden herrschen. Das geht einfach nicht. England haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen schwächen können. Dadurch, dass sie jetzt nicht mehr mit Böhmen alliiert sind. Und Böhmen selber ist noch mit K alliiert. Das heißt, selbst wenn der Waffenstillstand dann hier vorbei ist. Wann ist er denn vorbei? Mit Böhmen 46. Er wird noch ein bisschen dauern. Könnte es sein, dass wir direkt wieder Krieg erklären können? Schauen wir mal. Wir wurden erwählt. Gute Nachrichten, mein König. Der Kaiser hat uns die Ehre erwiesen, den nächsten Reichstag in unserem Land auszurichten. Das wird unser Prestige im Reich steigern. Die Menschen in Brandenburg an der Havel sind begeistert. Exzellent. Erhält zehn Prestige. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt Kaiser sind. Nee. Hätte mich auch gewundert. Aber wieso lässt Böhmen das zu? Oder ist das Polen? Nee, das ist Böhmen. Wieso lässt Böhmen das zu? Und hier müssen wir mal die Wahl verändern. Wir könnten nämlich selber Kaiser werden. Wir werden mal für uns selber stimmen. Burgund stimmt nämlich für uns. Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll ist. Aber die stimmen jeweils für andere. Das heißt, wir könnten theoretisch bei der nächsten Wahl Kaiser werden. Das wäre doch auch mal was Feines. Das waren wir auch noch nicht. Theoretisch können wir dann auch diesen langfristigen Diener hier mal mit annehmen. Werdet Kaiser. Was kriegen wir denn da als Belohnung? Jährliches Prestige. Plus 1 bis 48. Also zehn Jahre lang. Diplomatisches Geschick. Plus 1. Okay. Ja, nehmen wir auf jeden Fall an. Schadet nicht, wenn wir das mal probiert haben. Hier können wir die diplomatische Technologie aufwerten. Das ist gut. Da haben wir eine erhöhte Handelsreichweite von plus 10. Und ja, jetzt müssen wir hier wirklich langsam echt mal vorankommen. Möge die heilige Madonna Ihnen vergeben. Verehrung der Jungfrau Maria. Katholizismus erhält plus 1,0 Reformbegehren. Kirchenstaatsmeinung über Sachsen hat sich um minus 20 geändert. Sie ist eine besondere Frau, doch sie bleibt eine Frau. Wir müssen das glaube ich mal durchlesen, dass man den Kontext mal erfährt. Die heilige Jungfrau Maria, Mutter unseres Herrn, Jesus Christus ist die Königin des Himmels und von wahrer Anmut. Es gibt keine perfekte Frau und ihre heilige Mutterschaft gewährte ihr einen Sitz an der rechten Hand Gottes. Oder nicht? Seit kurzem argumentieren radikale Theologen, dass solche Fürbitten nicht notwendig sind. Haben sie Recht oder gerät die Kirche der heiligen Mutter durch ihre fast ketzerischen Worte in Gefahr? Reformbegehren wollen wir nicht wirklich haben. Ich habe Reformbegehren immer mit etwas total Negativen in Erinnerung. Ich weiß aber nicht mehr was es bedeutet. Wahrscheinlich irgendwelche Aufstände oder so. Da nehme ich lieber den Malus, ja diesen Meinungsmalus des Kirchenstaates in Kauf. Machen wir lieber so. Auch wenn ich mit dem Inhalt glaube ich da nicht ganz einverstanden bin. Aber naja. Ist ja nur ein Spiel. Kernprovinz erhalten. Sehr gut. Lass mal gucken. Ich will mal was schauen. Das ist Burgund. Okay. Wer ist das denn hier, der sich hier uns mitten in den Weg stellt eigentlich? Okay. Und die sind Adeskar. Und K ist direkt verbündet mit dem Byzantinischen Reich. Ich glaube da ist Böhm fast die beste Wahl als Kriegsgegner nochmal. Wir können ja in den Jahren des Friedens, die wir jetzt hier haben, schon mal Ansprüche fingieren. Dass wir die Zeit nutzen. Und dort mal was verändern und machen werden. Hier können wir noch was aufbauen. Das machen wir. Und das müsste es dann auch gewesen sein. Genau. Und dann lassen wir mal Ansprüche auf Böhm fingieren. Diplomatie. Dynastie Aktion. Nein. Geimdienst Aktion so rum. Anspruch fingieren. Und hier ist es glaube ich jetzt egal. Weil wirtschaftsgütermäßig spielt es wirklich keine Rolle. Wir können ja mal kurz raufschauen. Eine Wirtschaftskarte. Ist das das Ding? Nein. Ich verwechsel das immer. Und dann war es das Ding hier. Ja. Also es ist wirklich fast egal. Was haben wir hier? Schiffsbedarf wird hier hergestellt. Ansonsten ein bisschen Tuch. Getreide. Und hier hinten erst wieder Gold. Na gut. Ist glaube ich dann wirklich egal. Was ist das denn für eine Potenzial? Wie heißt die? Hornifalk? Merkwürdiger Name. Gut. Dann fixieren wir erstmal darauf den Anspruch. Und. Oder fingieren besser gesagt. Fixieren vielleicht auch. Was haben wir hier? Grenzdisput. Die Sache mit Nachdruck verfolgen. Legen wir die Angelegenheit friedlich bei. Böhmens Meinung über Sachsen hat sich um minus 30 geändert. Das würde mich eigentlich gar nicht stören. Wir haben einen Eroberungskriegsgrund gegen Böhmen. Jawohl. Da haben wir den Anspruch schon soweit fingiert. Dann werden wir direkt noch einen weiteren fingieren. Also wie gesagt so viele wie möglich. Wir machen hier einfach mal alles die Banken durch. Guck mal. Hier sind wieder Revolten. Wieso haben wir denn hier in einer 25.000 Armee stehen? Wo kommt die denn her? Achso. Das war Waden. Die haben dort mitgemischt. Jawohl. Gut. Da hätten wir das. Hier die Armee erleidet Verluste, weil sie nicht versorgt werden kann. Ja Nürnberg Versorgungslimit ist zwar 18, aber irgendwie ist es in Nürnberg scheinbar im Endeffekt doch nicht so. Vielleicht können wir das ja ein bisschen aufpeppen, indem wir hier noch ein klein wenig ausbauen. Jetzt hätten wir 19. Also theoretisch muss Nürnberg das jetzt schaffen. Waffenstillstand mit Mailand beendet. Wo ist denn hier der Rest eigentlich der Armee? 8 und 3. Wo kommt die Armee denn her? Ach das könnte eine Kölner Armee sein. Ah ok. Die Armee. Wo kommt die her? Das ist 12 und 6. Das sind eigentlich 18. Die muss ich nur gerade erholen. Das heißt, die Armee müssen wir eigentlich dementsprechend aufwerten. Das Land Burgund. Unser treuer Verbündeter fordert eure Unterstützung im Krieg burgundische Eroberung von Oberschwaben gegen Kahn. Dies ist ein Angriffskrieg. Kahn ist alliiert mit Byzantinisches Reich, Kroatien, Böhmen, Mantua. Ja, lass mal drauf gucken. Ich habe keine Lust. Genau. Ja. Also Böhmen und Kahn, ok. Byzantinisches Reich dazu? Ne. Mein Mailand macht auch mit. Und wir haben sonst glaube ich keinen Verbündeten gerade, oder? Genau. Böhmen ist... Ne, Burgund ist der einzige Verbündete von uns im Moment. Selbst in Norwegen hatten wir das Bündnis aus was für Gründen auch immer wieder aufgegeben. Weiß ich gar nicht mehr, wieso wir das Bündnis mit Norwegen nicht mehr haben. Aber wahrscheinlich, weil Norwegen sich mal wieder übernommen hat und mit irgendwelchen, ja, riesenreichen Krieg angefangen hat. Warte mal, dann müssen wir das zumindest so machen, dass wir hier einen anderen Bündnispartner bekommen. Und das werden wir dann ablehnen. Sorry. Später gerne wieder. Da können wir dann nochmal drüber reden. Wer trat dem Militärbündnis bei? Irgendjemand trat einem Militärbündnis bei. Achso, Norwegen. Unserem Militärbündnis. Das war nochmal die Meldung. So, Staatsehe aus Norwegen. Jetzt habe ich die aus Versehen abgelehnt. Besser gesagt, ich kam einfach zu spät. Dynastieaktion, Staatsehe. Jawohl. Ist in Ordnung. Gut, dann haben wir zumindest erstmal wieder einen Bündnispartner. Und das auch, glaube ich, einen ganz guten, wenn ich das richtig sehe. Was haben wir denn hier? Okay, es scheint ein neuer Staat zu sein. Innerhalb von Norwegen allerdings. Auch gut. So, lass die Zeit weiterlaufen. Wir sind immer noch dabei, Ansprüche zu fingieren. Und sollten aber auch ganz nebenbei hier die Beziehungen verbessern. Wobei wir mit England die Beziehungenverbesserungsaktion stoppen können. Dann haben wir zumindest den entsprechenden Diplomaten dafür frei. Und dann können wir hier nämlich das fortführen. Senden. Jawohl. Gut. Das hätten wir. Dann weitere Ansprüche bitte fingieren auf das Böhmische Reich. Moment, jetzt müssen wir das hier wieder öffnen. Anspruch fingieren. Und so weiter. Jawohl. Das Königreich Italien und das Kaiserreich. Seit Jahren schwindet die kaiserliche Autorität über das Königreich Italien. Nach folgenden Kaisern ist es nicht gelungen, den italienischen Staaten ihren Willen aufzuerlegen. Und großen Regionen, die offiziell Teil des Kaiserreichs sind, gingen an Venedig und den Kirchenstaat verloren, die die Rechte des Kaiserreichs ablehnen. Solange Norditalien nicht fest wieder in das Kaiserreich integriert ist, können die Staaten dort für immer aus dem Kontrollbereich des Kaisers fallen. Sofern alle Regionen in Norditalien nicht vor 1490 Teil des Kaiserreichs waren und bis nach 1550 verbleiben, werden die Staaten das Kaiserreich wahrscheinlich verlassen. Da haben wir aber noch viel Zeit, glaube ich. Es fängt ja erst 1490 an. Wir haben gerade mal 1440. Aber bis 1400 oder 1500 noch was, was sie dort geschrieben haben, das sollten wir doch schaffen. Also möglich wäre es zumindest. In größere Armee investieren, das machen wir. Und ansonsten wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir hier gegen K mal den Krieg erklären könnten. Vielleicht sollten wir die Chancen nutzen. Wir tun hier mal einfach mal nebenbei in Anspruch fingieren und gucken, ob vielleicht dadurch, dass die mit Burgund schon beschäftigt sind, die dann vielleicht, die Verbündeten von K zumindest, keinen Bock auf uns haben. Das kann ja sein. So, Burgund fühlt sich, denke ich mal, extrem in Stich gelassen. Die werden auch Regionen verlieren. Wir hoffen, dass wir mit den Ansprüchen soweit durchkommen. Und wir werden dann gleich mal in die Diplomatie reinschauen, ob da was machbar ist mit K. Jawohl. So, das hätten wir. Obwohl, ne, das obere ist K, glaube ich. Ja, ich glaube, das obere ist K. Lass mal hier nochmal dann weiter Ansprüche fingieren auf Prag. Nehmen wir gerne auch mit, wenn wir denn dann dürfen, wenn es soweit ist. So, jetzt hätten wir das mit K soweit. Dann lass mal gucken. Diplomatie, Krieg erklären. Und die würden natürlich alle mitmachen. Ja, ganz, 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 ganz groß. So, was wäre denn das Problem eigentlich von Norwegen? Negativ. Bedrohte Haltung gegenüber Sachsen. Mhm. Krieg weit weg, 113. Ja, das kann auch ein Grund sein. Okay, das heißt, wir hatten hier keinen Verbündeten in der Nähe. Das ist ja auch gut zu erfahren. Waffenstillstand haben wir, glaube ich, noch, oder? Waffenruhe wird enden mit Böhmen, 46, 5 Jahre noch. Können wir mal kurz schauen, mit wem bist du denn jetzt im Endeffekt alles im Krieg? Mit denen hier auch noch. Das ist auch K, deswegen. Hm. Ich würde gern schon gerade K gerne den Krieg erklären, aber jetzt nicht gegen das Byzantinische Reich und nicht gegen K und Böhmen und allen möglichen gleichzeitig. Wer wäre denn hier noch dabei? Mantur wäre noch dabei. Das sind die. Das schaffen wir nicht. Das wird zu heikel, glaube ich. Selbst wenn wir unsere Armeen aufstocken, das müssen wir aber auch ganz nebenbei mal machen. Hier bekämpfen sie sich sogar. Böhmen gegen Mailand. Okay. Ne, wir müssen unsere Armeen auf jeden Fall zum einen aufstocken. Dazu verlegen wir dich mal ganz kurz nach dort oben. Dann gucken wir nochmal rein. Du brauchst 4000 Männer und 3000 Pferdchen. Die sollst du bekommen. Wir haben auch noch ein bisschen Potenzial. 4000, 1, 2, 3, 4 und ich glaube drei Pferdchen waren es. 1, 2 und 3. Dann müsste das auch eine 18.000 Armee werden. Und dann lass mal die kurz ausheben. Und vielleicht sollten wir dann direkt noch eine weitere 18.000 Armee aus dem Boden stampfen. So, das ist erstmal soweit getan. Dann zusammenlegen. Und bitte zurück nach Landshut. Wie viel Kapazität haben wir denn jetzt hier noch offen? Warte mal. Ganz wichtig. Mütteralterliche Verwaltung. Das holen wir uns jetzt. Kann Rebellen unterstützen. Wunderbar. Dann müssen wir gleich nochmal ansparen. Diese administrative macht, dass wir die nächste Stufe auch gleich freischalten. Wäre zumindest sinnvoll. Dann dürfen wir wahrscheinlich gleich nochmal anspannen. Weil wir ganz schön hinterher hinken gerade. So, vier Einheiten können wir uns theoretisch noch leisten. Ich probiere jetzt trotzdem eine 18.000er Armee noch mit auszuheben. Ich gucke gerade und überlege gerade, ob wir noch irgendwo eine kleinere Armee haben, die kein 18.000 hat. Aber ich glaube nicht. Nein. Sieht nicht danach aus. Kommt, da machen wir das. Und. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 10, 11, 12. Jawohl. Und dann nochmal 6 Pferdchen hinterher. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Da hätten wir das Ganze. Jawohl. Und dann bitte die Armee auch noch kurz ausheben. Dann lassen wir die Mannstärke auch nochmal ein Stück weit regenerieren. Aber wir sind, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Guck mal, die Armee werden wir auf jeden Fall nach 5 stellen. So. Das läuft. Burgund, mein König, unsere Diplomaten beendeten die Beziehungsverbesserung. Jawohl. Wir behalten den Diplomaten trotzdem bei. Das ist besser so. Da haben wir das nämlich im Überblick. Da verlieren wir 16,94 Dukaten. Weil keiner will arbeiten. Hm. Ja, so ist das. Wenn keiner arbeiten will, dann verliert man halt Geld. Sammelt euch dort mal bitte. Und lasst euch zusammenlegen. Dann. Wohin mit euch? Heidelberg vielleicht? Ja, kommt. Ab nach Heidelberg. Und Burgund wird hier wirklich überlaufen oder überrannt gerade. Ah, Mensch. Ich würde ihm ja gerne helfen. Aber das sind komplexe Bündnisverhältnisse hier gerade. Das kann keiner dulden. Das kann man so nicht mitmachen. Wir wurden erwählt. Mal wieder. Könnten wir denn langsam mal Papst werden? Äh, nicht Papst werden. Kaiser werden. Können wir nicht. Nicht, weil K. uns seine Stimme nicht gibt. Er ist verständlich. K. hat so ein kleines Problem mit uns. Die Toskana will uns ihre Stimme auch nicht geben. Und Bayern als Recht nicht. Apropos Bayern. Die gab es ja auch noch. Lass mal gucken, mit wem Bayern verbündet ist. Och, guck mal. Das geht doch. Das ist doch human, oder? Komm, lass mal hier mit Bayern. Anspruch fingieren. Salzburg. Jawohl. Und das hätte nämlich den Vorteil, dass wir hier gegen Wolvinien dann auch noch gleich ein paar Provinzen uns einverleiben können. Das wäre doch was. Das ist doch ein Träumchen. Wieso ist mir das nicht eher aufgefallen? Auf jeden Fall können wir schon mal Einheiten verlagern. In Vorfreude. Gut. Du bitte nach da. Eine Armee muss hier unten stehen bleiben. Eigentlich zwei Armeen. Das sind schließlich 12.000 Mann, die sie da drin haben. So. Dann. Zumindest vielleicht erstmal in die Nähe dort. Das wäre auch schon mal was. Geh du mal dorthin. Du kannst nach Berlin mal. Und du gehst einfach dorthin. Okay. So, dann gucken wir gleich mal, wie dann die Verteilung ist. Guck mal. Da hinten passt noch eine Armee rein. Ich glaube, hier hat man noch keine hingeschickt. Im Neumarkt würde auch noch eine mit reinpassen. Kommt. Und dann haben wir das Ding hier schon umstellt eigentlich. Theoretisch können wir hier oben auch noch eine mit hinstellen. Guck mal. Da sind wir dort ringsherum aufgestellt. So, haben wir den Anspruch. Noch nicht ganz. 61 Prozent, aber bald. Und dann werden wir das als nächstes in Angriff nehmen. Ein neuer Papst. Er ist loyal gegenüber Böhmen. Natürlich. Böhmen ist nicht nur Kaiser. Böhmen ist auch Papst. Wie unfair ist das denn? Gut. Wir speichern. Besser gesagt, ich schaue eigentlich auch gerade auf die Uhr. Wir haben es theoretisch schon wieder geschafft. Mist. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir werden nächste Runde dann gegen Bayern und Wohinien, Galbzirien den Krieg erklären. Ja, haut rein. Schönen Tag euch noch. Und bis morgen wieder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020